Hi Leute, einen frohen dritten Advent wünsche ich euch allen und ja es werden immer mehr Kerzen, das Jahr neigt sich dem Ende zu und was soll man sagen, die Zeit verrinnt halt so schnell, aber es gibt wieder was zu gewinnen bei mir und ja das möchte ich euch jetzt mal erklären, aber ich möchte das Prozedere ein bisschen abändern, weil ich habe gemerkt bei Gleam.io irgendwie ja die Leute die mitmachen ist relativ verhalten, deshalb möchte ich das jetzt erstmal ändern, ist mal ein Versuch, ob es dann mehr Anklang findet und zwar wird es dann auch wieder zwei Spiele zu gewinnen geben, aber ich haut zwei Videos raus, damit man unter die Kommentare was schreiben kann, also erstmal sollte man dazu schreiben, ja ich möchte gewinnen und dann wäre auch nett, wenn ihr schreibt, was hat euch an meinen Videos zuletzt am besten gefallen, also welche Videos fandet ihr am besten, würde mich interessieren, was ihr so gut fandet oder was ich in Zukunft noch mal spielen soll oder mal spielen soll, würde mich auch interessieren, das könnt ihr auch gerne schreiben, ja aber jetzt erstmal zu den Gewinnen oder was ihr gewinnen könnt, das wäre zum einen bei diesem Video jetzt hier, Headshot VR und ja es ist ein echt lustiger Comic-Shooter, lass mal kurz das Video hier ein bisschen laufen, also ich fand es irgendwie echt cool, ich habe nur gegen Bots gespielt, weil Server natürlich noch sehr leer, also da muss noch einiges an Spielern her, damit man da volles Server hat, aber ich glaube wenn man einmal volles Server hat, kann es echt lustig werden und ja es ist ein Early Access Titel, kostet 12,49 und wie ihr seht ist im 8. Dezember die Version 04 rausgekommen, also die sind relativ am Anfang noch, aber obwohl es nicht für die Oculus Rift gemacht worden ist momentan, also die haben noch keinen Support da drin, wie ihr seht, habe ich es einfach mal mit der Oculus Rift gespielt und ja es lief bis auf kleine Bugs, also ich hatte einmal das Problem, dass die Waffe auf einmal sich total komisch verhält und einfach zur Seite immer irgendwie rutschte, aber ansonsten lief das eigentlich ganz gut, kann ich jetzt hier auch nochmal das Video zeigen, also ich habe echt Spaß gehabt, besonders mit der Schrotflinte ging es gut ab, also die ist leicht okay und ich freue mich da echt drauf, dass man mit anderen Spielern zu spielen, auch wenn es dann natürlich auch härter wird als gegen die KI oder gegen Bots, aber Hauptsache man hat Spaß zusammen, auch wenn ich hier bei anderen Spielen schon mal fluche wie Contractors und so, trotzdem macht es Spaß, fluchen gehört ja irgendwie dazu. Ja, wie gesagt, wenn ihr das Spiel hier gewinnen wollt, dann schreibt einfach unter die Kommentare, ja ich möchte gewinnen, es gibt zwei Keys zu gewinnen bei dem Spiel jetzt hier und ja wäre nett, wenn ihr einfach schreibt, was euch auf meinem Kanal bisher so am besten gefallen hat, was ich mal spielen soll, so als Vorschläge. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent und wir sehen uns, bis dann, Tschau.